mein meine freunde wir warten noch darauf dass alle wieder gesund werden damit wir gegen die untoten vom eisenberg kämpfen können wir sollten zumindest ein paar tanks dabei haben ich brauche heute die freundschaft okay wir werden es herausfinden gegen skelettassassinen und skelettmagier stahlspeer mit dem stahl den speerwerfer geben ok die assassinen sehen nicht sehr schnell aus na es geht und die ice mage ok was können wir dagegen machen feuer paar tanks und ein schützen und eine mittlere und der menschen los geht's ja ich muss den gehen auf den und in der zeit können die anderen der menschen super das war eine gute idee hat schon richtig gelaufen heute kriegen wir eh so dich will ich stärker man du verrückst mir immer zu schnell sie vielleicht blöd aus aber die ausführ- und abklingzeit zu verbessern macht schon sinn die überlebten schlange ja der ist besser der stahlspeer der stahlspeer ist besser die schüchen geben wir dann ihm und weiter geht's ja mittlerweile eigentlich alle guten gladiatoren da wir sollten vielleicht mal ein paar stärkere kaufen so einer zum beispiel können wir den alten verkaufen aber der hat so viel ausdauer was will ich mit so viel ausdauer was war nochmal die priesterin war so krass im hall vielleicht könnten wir ja mit der priester brauchen wir stein ich gebe doch nicht mein letzter stein aus ja das können wir machen ja nichts was stein kostet vergisst es aha für zukünftige updates planen wir ist ja ea möglichkeiten gebäude zu bauen die mehr bieten als nur das anheuern eines neuen gladiatoren typen wie etwa trainingssalen meditations tempel und mehr wir würden gerne auf deine ideen hören vielleicht schreibe ich den namen mal im discord oder so mir gefällt das spiel eigentlich schon ganz gut sonderangebot war das hier hier so ein breitschwert für 30 prozent oh warte was ist das safe gekauft safe gekauft oh mein gott direkt mitnehmen kostet doch nix ich hole mir noch so einen richtig geilen tank hier so ein zwölfer der ist richtig gut gelevelt so hätte ich den auch gelevelt ja so hätte ich den auch gelevelt kommt mir kostet kaum was wir nennen ihn Senior Senior und er kriegt den Helm und noch einen Helm und noch ein Stahlschwert wie zu hart und jetzt gebe ich dem noch das schild ey unsterblich der typ unsterblich wenn ich ihm statt dann ein Stahlschwert jetzt ähm das mit dem Eis schaden gebe also der macht schon deutlich mehr schaden ist aber nur halb so denke ich nicht wie der dann sollten wir hier auch bei bleiben dass der damage stehlt und der tanki bleibt so jetzt wo wir darüber gesprochen haben wir sind noch nicht wir brauchen erfahrung wir brauchen jede erfahrung die wir kriegen können probieren wir mal unseren neuen tanki und ein mage kombination mit ihm und dann den sie das sollte reichen aber hier bam kein Problem alles schon erledigt und wir leben noch alle noch ha zum Glück habe ich sie so gepusht im live angriff dürfte nicht weiter gehen lass mich schwach und unfähig erscheinen klar wir helfen dir immer so wenn wir den jetzt wieder ein bisschen mal tanki machen und vielleicht noch mehr angriff ich setze die damage dealer nach vorne und die tanks in die mitte und dann kommen die mages ja ok ach ja egal geld auch nicht für uns zeit für eine meisterschaft freunde können wir diesmal gewinnen na sind nicht schwerer geworden das gut mittlerweile sind wir ein bisschen stärker geworden das können wir gleich sogar noch schaffen im wagen oben sie als der mit stilern und jetzt nehmen wir ich hoffe den holen den fokus das haben wir jetzt nicht dann können wir ihn reinsetzen los oh nein war so klar krass der kam gar nicht bis zu denen zum glück ist der so mega tanki aber gegen so viel feuer stand kann er nichts machen das war das war no go krass keine chance nehmen wir mal den einfachen kampf nehmen wir mal den einfachen kampf ich habe niemanden mehr er hat doch keine chance wir geben auf freunde wir geben auf ich habe niemanden mehr shit wir können immer noch keine meisterschaft man ok wir müssen die meisterschaft am anfang überspringen wir müssen erst krass stärker werden und erstmal müssen wir warten oh untote vom eisenberg stufe 3 rache des genialen zauberwirkers aber das problem ist das zauber der wills rache unerkennt er wills rache hohe tote und verbinderte ok vergiss es ich bezahl denn oh nein ich habe nicht genug geld ja ja wie soll ich noch einen kampf vorbereiten ich habe doch niemanden echt geiles timing in ha 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 hey leute das ist ein was ist das ein yeti ein untote yeti stufe der hat 7000 live der macht 1300 schaden Die kann keiner töten. Egal. Warte, wir warten noch einen Moment. Ja, wir kommen. Shit, das ist das Wort. Ich muss meinen besten Tank hinsetzen. Dann muss ich ihn hier nochmal 1500 geben. Und ich habe das Gefühl, das reicht immer noch nicht. 6000. Der macht 1300. Ich kann ihn aber nicht noch. Ne, das geht leider nicht. Ich brauche drei Tanks. Die müssen ihn aufhalten. Wir werden meine Damage-Dealer den einfach mit Schaden versorgen. Und dann habe ich keine Wahl. Ich muss richtig Gas geben. Nein, hör auf. Hat Stärke. Noch mehr Schaden. Okay, los geht's. Wie viel machst du? 600 ist nichts. Der hat 7000 Life. Okay, los geht's. Keine Wahl. Boah. Irgendwie viel Schaden der verteilt. Hat den getötet. Lol. Das war's. Der ist ja krass. Wir haben's geschafft. Kragen. Ich erhau dir einen. Sadly, meine Iron-Worker werden nicht diesen Inzidenz irgendwann bald vergessen. Ich schaue, sie werden in ihren Häusern für Wochen geholfen. Als ob das Distrikt nicht genug genug war. Okay. Kann ich ihn nicht verübeln. Grausame Singsayeti. Was sehen wir für eine Belohnung? Ich könnte noch so einen Eisenhelm gebrauchen. Und ich brauche zwölf Kristalle. So, super. Jetzt können wir von ihr auch was holen. An Einheiten. So. Was geben wir ihm? Stärke. Da muss ich mir Schaden machen. Ich brauche so Damage-Dealer, die ich habe gedacht, das ist voll viel. 500 Schaden. Aber jetzt weiß ich, dass das einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Wie haben die den dann gelevelt? Ich bin leider im Minus. Ich kann nichts machen. Und jetzt wollen die auch noch Sold haben. Ja. Ach, egal. Wir haben einen Yeti getötet, dann können wir auch einen Troll töten. Oh mein Gott. Der Troll vor der Brücke. Sack. Ein bisschen stärker gemacht. 3800. Und der macht 1200 Schaden. Ich sterbe. Okay. Selbe Strategie wie vorhin. Irgendwas, was ich noch machen kann. Nichts, was und auch Okay. Kannst du mindestens nicht Ja, das sieht gut aus. Wir werden nur einen verlieren. Zum Glück ist hier einfach so OP-Tanky. Der noch 1200. Der hat ihn gerade. Und der trifft nicht. Und das war's. Schieß! Ich werde verrückt. Warum haben die nicht geschossen? Ich finde einen Weg. Ich werde den Troll noch besiegen. Überspringen. Sehe ich aus. Könnte ich jetzt eine Meisterschaft machen? Könnte auch nicht mal so einen hässlichen Troll besiegen. Nicht mal ganz viel Minus. Ich glaube, ich kann mit dem nichts anfangen. Mit dem auch nichts. Der stirbt immer. Die Vorsätze sind so hart. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss den weiter trainieren. Irgendwie in ein paar schwachen Kämpfen. Okay, neue Versuchung. Wir müssen den Troll besiegen, Leute. Die Leute können nicht ruhig schlafen. Obwohl, jetzt fokussen die den nicht. Wir probieren das mal aus. Welcher von denen hat mehr Life? Ja. Los. Oh, warum kippt der immer um dabei? Ach, toll. 50 Prozent, weil der so ungeschickt ist. Geil. Das mit dem Feuer ist eine echt gute Idee. 290. Oh, der macht richtig Damage. Gut, dass ich den nicht verkauft habe, Freunde. Der ist ja richtig genial. Das ist gut, gefällt mir. Ja, der Teufel ist erledigt. Schild gemacht. Jetzt haben wir auch die Steine, die wir benötigen. Oh. dafür sind die nicht mehr unsere Freunde. Aber hey, das war es wert. Hast du meinen Troll getötet? Wie ist das bescheuert? Ja, Brüder brauchen Maintennung. Und jemand muss das beteiligen. Bezahlen zu beteiligen war eine konstante Struggle, bis ich den Troll gefunden habe, beantworten. Okay. Verdammt Nation! Ich sollte die blutten Brücke entfernen. Dann schau mit Glee, weil sie über den Riefer mit schade Raffs. Was sollt ihr? Ich suche einen Ersatz Troll für euch. Ah, ich weiß nicht. Will you catch one for me? I see your Gladiators were very efficient at putting them down. Ja, komm, machen wir. Wir werden einen Troll fangen. Wir müssen schon wieder die Meisterschaften überspringen. Ich bin nicht stärker geworden. leider. Ich kriege keine Ereignisse mehr. Ich probiere auf jeden Fall ein paar Ereignisse damit wir Ah ja, wir haben ja noch den hier. Okay. Sollen wir mal ausprobieren? der stirbt. 300 Drei Schüsse. Sollen wir es ausprobieren? Boah. Wird knapp. Oh nein, das war dämlich. Habe schon. Gib ihm. Ja. Das mit dem hinfallen ist echt dämlich von dem Vieh. Stört mich auch. Können wir vielleicht einen besseren, wenn wir den verkaufen? Und der macht aber auch nur deswegen mehr. Ja, den ich will den haben. 360 wir kratzen alles zusammen, was wir finden können. So. Jetzt gehen wir nämlich noch die coolen Sachen und dann taugt der. Der macht jetzt schon okay. Der macht schon okay Schaden. 600 Feuerschaden. Viele ging ein. Oh Gott. ist ja easy. So viele. So viele ist und wer kriegt so krass viel Schaden. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Der Arme. Ja, Freunde. Das war mal ein ordentlicher Kampf. So lobe ich es mir. Und die kriegen langsam endlich die Erfahrung, die sie benötigen. Ich muss sie auf Damage stielen. Ist mir egal. Die braucht so viel Damage, dass es weh tut. Okay, was haben wir noch? Nichts mehr. Okay, Freunde, das war's für diese Folge. Zack, Zack, wieder einen überspringen. Aber die nächste Meisterschaft werden wir mitkämpfen und wie das Ganze dann weitergeht oder wie wir viele gegen einen kämpfen, das Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Also gerne wieder einschalten, liken und wir sehen uns dann. Ciao.